Hier schreift doch jemand runter. Wer ist da? Nichts, so viel. Was war das, verdammte? Scheiße! Was war das? 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 Oh, da geht sie nicht davon. Nichts zu sehen. Oh, da geht sie nicht. 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 Junge, Junge, so viel Spannung ist er kaum ausgereikt. Jetzt wollen wir, ich komm bald erst hier ab wie ihr seht. Oh, 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 oh. Wie bist du? Ein Haus, gemeiner Dieb. Ein Gottverdammter Dieb bist du. Den eigenen Kameraden und Waffenbruder bestehlen. Ja, das ist das Letzte. Mann, jetzt hör aber mal auf. Ich hab gar nichts geklaut. Blübner, du hast von meiner Schokolade gegessen. Du Dieb. Vielleicht ist es ja der Obersturmbandführer gewesen. Hä, von wegen. Du hast wohl gedacht, ich merk das nicht, was? Aber da hast du falsch gedacht. Du scheiß Dieb. Ja, halt doch endlich die Klappe. Hast du sonst keine anderen Sorgen? Trink dir lieber ein und lass mich zufrieden. Auch noch frech werden, was? Jetzt gib mir sofort meine Schokolade zurück, du verdammter Dieb. Kannst du nicht ein einziges Mal Ruhe geben? Da kommt dann ja der Kaffee hoch. Du bist der letzte Dreck. Ein asoziales Element. Ich werde Meldungen machen beim SD. Die werden dich an die Wand stellen. Mensch, boh, mich doch nicht an, wenn du mit mir sprichst, du Arsch. Kannst du nicht die Hotze in der Fresse lassen beim Reden? Du Saboteur. Ich werde Meldungen machen. Gleich nach meiner Schicht. Schokolade klauen. Das gleicht Hochverrat. Du wirst schon sehen. Weißt du was? Du kannst dir deine Schokolade in den Arsch schieben. Mir wird das jetzt so blöd. Ich gehe wieder. Tickst doch nicht ganz richtig. Tickst doch nicht. Die Schokolade in der flaweden Blle aus den growersと思います. Jungen, jungen, unter Spannung muss er gar mal zu erledigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020